Bin ganz ohr. Wo drückt der Schuh? Ob Blut oder Gold, alles hat seinen Preis. Was gibt's Neues? Ahoi! Ah, die offene See. Ein Seemannslied auf den Lippen, der Wind im Brusthaar, das nenn ich Freiheit. Also, es sei denn, ihr wurdet zum Marinendienst verdonnert, oder von Piraten gefangen genommen und dann von der Marine verhaftet. Langsam, Kumpel. Ich weiß, ich bin zum Anbeißen, aber wir haben Arbeit. Wisst ihr, was die Definition von Wahnsinn ist? Immer wieder dasselbe zu tun und keine Backpfeife dafür zu erwarten. Habt ihr Durst? Ich hab Durst. Na gut, das ist der Plan. Schlag mich! Au! Ah! Mieser Schläger! Wache! Wache! Hilfe! Hey, was geht da drin vor? Schnell! Der Hebel! Aufstand, Jungs! Macht sie platt! Was? Nehmt euer Zeug und dann ab zum Wärter. Wir brauchen seine Schlüssel. Diese Halt gefällt mir nicht. Wir brauchen seine Schlüssel. Mist! Oh, eine Sache noch. Naja, zwei eigentlich. Schon besser. Ohne die habe ich mich nackt gefühlt. Gut, weiter geht's. Vielleicht können wir das Schloss wegpusten. Streut was von dem Pulver drauf. Jetzt noch ein kleiner Funke. Vielleicht macht ihr besser einen Schritt zurück. Oha, das Zeug hat echt Bums. Jetzt müssen wir in den tieferen Ebenen einen Weg nach draußen suchen. Oha, stinken ja wie eine Piratenunterhose. Irgendwas hat mich am Bein berührt. Nein, warte. War nur mein anderes Bein. Alles im Busser. Oha. 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 Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ihr da! Stehenbleiben! Was? Nein! Nein! Finn! Hier drüben! Da ist sie ja! Alle einsteigen! Was geht da drin vor? Klingt, als hätte die einen Aufstand angezettelt. Keine Ahnung, wovon ihr redet. Aber ich glaube, wir haben endlich was gegen Aschenwind in der Hand. Ein neues Schießpulver. So was hab ich noch nie gesehen. Ach, und das Ziel gerettet hab ich natürlich auch. Gaunerkumpel, Telja. Telja, Gaunerkumpel. Wartet. Ich kenne euch. Ihr seid mit Jaina Prachtmeer hier. Ihr müsst der Abgesandte der Allianz sein. Ein Abgesandter der Allianz? Das hat Carsten nicht erwähnt. Ich hätte das Doppelte verlangt. Da sind wir. Der Hafen von Boralus. Nach Burgprachtmeer ist das der am schwersten bewachte Teil der Stadt und der einzige, den die meisten Besucher je betreten werden. Scheint, als hätte schon ein weiteres Allianzschiff angelegt. Hoffentlich wurden sie wärmer empfang als Jaina. Danke fürs Mitnehmen, Tel. Ich habe immer von Abenteuern geträumt.